Der Arner, 370 Meter, Steven Müller, der Mann in Blau in der Mitte, im Fest mit Torben Junker und Roger Pins auf der Wand 4. Jetzt kommt Torben Junker in der Olympia Doppel, noch die Steven Müller, die sich nah an. Außen Robert Hintuch, aber Torben Junker auf der Wand 3.